Die Clouds, wir haben uns wieder zusammengefunden vor eineinhalb Jahren und here we are, back again. Aus 64 haben wir zum ersten Mal begonnen und so bis 69 haben wir gespielt, so als Jungs. Ich erinnere mich noch in Schwabing, da haben wir einigermaßen, hier in Schwabing haben wir eigentlich die Hölle heiß gemacht. Das ist eine Art von Musik, die auch wieder ankommt. Sie ist melodisch, ist harmonisch und ich glaube, jungen Altenmen mag diese Musik heute wieder. Die Jungen spielen eigentlich heute eine andere Musik, weil es schon viele Jungen wieder gibt, die auf den alten Rhythm und Blues wieder abfahren. Und mit denen tauscht man sich dann auch im Internet vor und weiter aus. Uns macht aus, dass wir noch die ehrliche Musik spielen, ohne Hilfsmittel, ohne technische Hilfsmittel. Wir spielen die gleiche Musik wie früher, die gleichen Stücke, sehr harmonisch. Ich hab schon mal gesagt, beim Radiointerview, beim Refreshing, die Songs kommen natürlich heutzutage ganz anders rüber. Die Technik ist auch ganz anders, ich meine jetzt von ein paar Stärkern her, von allen. Da kommen die Songs ziemlich fresh rüber, obwohl sie von den 60 sind. Wir haben halt schon so ausgesucht, dass jetzt der R'n'B oder ein guter Rock'n'Roll Titel, dass der klar rüberkommt. Und dass man es gar nicht merkt, dass er eigentlich von den 60 ist, aber er ist von den 60. Und so, das ist die Kunst, das ist eigentlich so die Kunst von der Musik, dass man es heute genauso rüberbringt, wie als wenn sie heute geschieden werden hätten. Wenn sie heute schon erwarteten. Ka bin ich heut. Ich habe heute schon erwarteten. Und zwar Deutschen bateristen. Ich bin ganz gut. Ja, ich bin ganz gut. Ja, ich bin ganz gut. Weil wir das alles schon mal gespielt haben, diese ganze Musik von den Sixes, und wir haben das alles im Herzen drin, das ganze Feeling von damals, das ist immer noch lebendig. Das ist immer noch lebendig.